Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fragmented, jetzt wollte ich nur noch was anderes sagen. Hi buddy. Hi, moin moin. So, ich habe jetzt rausgekriegt, was der Holzstab ist. Was eigentlich offensichtlich zu sein scheint, nehme ich das da. Oh Gott, hier ist schon rausgefallen, kannst du gleich nehmen. Ich bin voll, weil ich ja gestorben bin. Holzstab, sieht ja komisch aus, ey. Na, das ist der Wuttenklapp. Das ist ein Holzstab eigentlich. Also eigentlich ein Schläger, ein Holzschläger oder sowas. Jo. Stell es am besten gleich neben das Feuer. Achso, ich könnte ja erstmal durch die Hütte nochmal setzen. Wenn du es kannst. Ich kann es, ja, ich habe das Zeug wiedergekriegt. Ich finde das echt zum Kotzen, dass man dieses scheiß Ton nicht setzen kann. So, das Ding steht, wa? Ja, sauber. Ähm, ich brauche aber noch Harz von dir. Viermal. Muss ich mir mal die Bäumstämme wiedergeben. Ich bin gerade am, ja. Wo sind sie denn, Loks, da. Bitteschön. Harzi, Harzi. Harzi, Harzi. Ist so eigentlich, wie lange das Feuer steht? Bis es weg ist. Das ist eine Aussage. Das ist eine echt geile Aussage, Alter. Bis es weg ist. Wie viel brauchst du? Viermal Harz brauch ich. Für eine Waffe? Ja, nee, für zwei, für alle Bäde schon. Und dann kannst du mir gleich dein Animal Fett nochmal geben. Also dein Tierfett. Brauche ich auch noch zweimal. Ja, ist das Harz. Tierfett, warte, kommt. Flint. Im Inventar ist es. Achso, nee, doch nicht. Elkstein. Hä? Wo ist denn der Mist, du? Ach. Eik. Ach, hier. Soll ich zwei, wa? Ja, braucht, reicht zu. Mehr brauche ich nicht. Ich muss dann bloß noch, ähm, was brauchte ich jetzt noch? Ich zeige es wieder vergessen. Ach genau, dieses, äh, Kalle, Kaliberite, hast du da was? Ich bin gerade unterwegs, ey, ich brauche unbedingt was. Ne, ich hätte dir da auch Fleisch geben können. Ich habe da noch was. Ja, ist egal, ich gehe Steine klopfen. Ist nicht so schlimm. Ja, da hinten sind schon Steine. Halt. Faktowaffe. Ja, natürlich sind die noch Roboter und Hunde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier sind zu viele. Was war die? Äh, Haut, äh, ja, weißt du nicht. Erstmal nicht, würde ich sagen. Ja, dann sammeln. Ich hätte lieber erstmal Fleisch. Ja, und dann ernte auch mit dem Messer ab, wegen dem Fett, weil davon brauchen wir bestimmt auch noch genug. Von dem Fett. Alter, sind die aggro. Waren die letztes Mal auch schon so aggro? Hallo, schlägst du mal zu? Ich bin gleich tot. Ich komme nicht an die letzte Taste. Acht. Och, alter. Du musst mit dir angreifen, musst du rückwärts gehen. Das hilft ungemein. Ich weiß, ja, habe ich gerade gemerkt. Habe ich den schon? Ja, den habe ich schon geerntet. Gut. Also, Steine klopfen. Gesammelter Stein. Jawohl, jawohl. Komm schon. Davon brauche ich mindestens nochmal sechse. Jawohl. Weiter, weiter, weiter. Nicht so viel Stein. Was? Steinhammer? Was? Okay. Flint, nein. Ach, Mist. Kalkstein, jawohl. Das brauche ich. Kalkstein, ja. Nochmal Steinhammer. Okay. Aus dem kommt wenigstens genug raus hier. Ah, das könnte reichen. Alter. So, steht das Feuer noch? Oder ist es schon wieder weg? Ich bin erschöpft. Keine Ahnung. Muss ich selber erstmal gucken. Ich bin da unten. Ja, weil das Feuer bräuchte ich zum... Ja, das Feuer ist weg. Also kann ich die Waffen jetzt nicht machen. Braucht das Feuer. Ja, warte. Ich stehe gleich wieder in den Sinn. Braucht das Lager. Ich brauche das Feuer. Ich brauche das Feuer. Ich brauche das Feuer. Ich brauche das Feuer. Ähm, hier ist gerade eine Kiste gespawnt. Ist das normal? Ich komme aber nicht ran, an die Kiste. Achso, darf ich da nichts? Ja, ich darf da nichts. Sehlich gar nicht. Du hast nicht genügend Platz, um diesen Gegenstand aufzunehmen. Okay. Dann probieren wir es doch mal so. Alter, wie groß ist denn die Kiste? Ich muss umschichten. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Alter, du hast doch auch schon mal so eine weiße Kiste gesammelt, oder? Wie groß ist denn das Scheißding? Hä, wie groß? Keine Ahnung, klein. Ja, aber ich kann das Ding nicht einsammeln. Sollst du ja die Kiste nicht einsammeln? Sollst du ja bloß drauf zugreifen. Ich kann ja nicht. Ich drücke hier mit E und geht nicht. Das muss anzeigen, eh. Ja, ich mache ja, aber es geht nicht. Das ist gar nicht, wo du bist. Vor der Basis eigentlich direkt. Die ist direkt hier gespawnt, die Kiste. Unten, oben, oder? Ja, so ein bisschen die Rampe runter und dann links, rechts den Berg hoch. Da stehe ich gerade. Äh, schräg, halt, zurück, umdrehen, umdrehen. Warte mal, ich habe auch eine gesehen. Bei mir geht auch 200 Munition. Ja, ne, ist klar. Da, ich komme an die Kiste nicht ran. Echt jetzt? Bin zu blöd. Blöd. So, jetzt nochmal. Wo bist du? Ach, dort. Ja, ja. Hier und da steht die Kiste. Da. Äh, ich sehe die nicht. Da hinten steht er inne. Wo? Ja, aber die kann ich auch nicht öffnen. Ja, dann ist das ein Bug. Äh? Ja, keine Ahnung. Ist das ein Bug. Lasse laufen, die Scheißkiste. Kann sich verpissen, die Scheißkiste. Ryolite. So, jetzt muss ich auch mal gucken, ob ich die Knarren bauen kann. Was hast du nur für Munition gesammelt? Die, die, die. Äh, zwei, achso, äh, Munition, keine Ahnung. Mal 200 steht hier. So, haben wir denn alle 17. Genau, Munition können als Basis für die meisten Feuerwaffen eingesetzt werden. So, hier hat deine Waffe es gleich rausgefallen. Inventar ist voll. Meine Güte. Hast du jetzt die normale Munition schon gesammelt? Ja, hä? Gibt es denn hier auch Boxen, Kisten? Oder irgend sowas? Ähm, warte. Ach, ist er froh, ich war eh. Gepanzert. Erd. Kleine Eisenbase. Äh. Also die Munition scheint zu gähn. Steintor, Herd, Hütte, Basiszaun, Holzwand, Hütte, Steinwand, Eisernes Schließfach, habe ich hier. Zwölf Baumstämme, Kalibrite, Klebstoff. Und Klebstoff müsstest du herstellen müssen, herstellen können, müssen, sollen, weil, Verfeinerung, müsste das gehen. Refining. Oder Substance, irgendwie sowas. Äh, Harz, was Klebstoff sagst du? Klebstoff, ja. Sie fühlen sich heiß. Also ich bin erschöpft und dann sie fühlen sich heiß. Super. Das ist auch klasse. Steinhäutung? Ne, hä? Oh, ist die süß. Ach, die Waffen backen auch noch rum hier, ey. Stoff, Kleidung. Alter. Was denn? Wo schießt das nicht sinnlos? So, stopp, kann ich. Ja, bei mir backt die Waffe aber rum. Ich seh die gar nicht. Ne. Keine Ahnung. Nix mit Klebstoffe. Mist. Hast du mal geguckt, ob du leveln kannst, um den Klebstoff dann zu machen? Ne, kann ich nie. Ich weiß auch gar nicht, wo der drin sein soll. Äh, Klebstoff Level 4. Bei dir, bei Verfeinern. Also müsstest du... Ich bin Level 4, ne Level 4, nicht Level 5, hatte ich vorhin gesagt. Ja. Du müsstest den herstellen können. Bei Refining? Ja, bei Verfeinerung. Steinpick, Harz, ungelöschter Kalk, Rauchbombe, Zitronensäure und Oxalsäure. Hm. Ja, ist hier nicht drinnen. Ja, dann bist du aber erst Level 3 und nicht Level 4. Level 4. Hier steht ne 4 oben drin. Äh, ja, hast du das aber schon geskillt? Ne, hast du nicht. Weil du nicht genug Punkte hast, denke ich mal. Ach, die 4 Punkte müssen hinten stellen bei dem Scheiß. Ja, dann trage ich doch nicht Level 4. Ja, das ist aber für Level 4. Das ist Level 4. Ich bin Level 4 und das geht nicht, also bitte. So. Naja, gut. Hab ich bei dir wenigstens ne Waffe in der Hand? Ja. Hm. Naja, gut. Mal gucken. So. Jetzt steht hier unten ne Kiste. Ah. Weißt du, was das sein wird? Das wird die Kiste sind, die du da oben aufgemacht hast. Die wird sich bloß verdoppelt haben. Die Kiste. Ich weiß ich nicht. Ja, hundertprozentig. Das ist nämlich, das ist auf gar n Team Bug. Ja, dann rennen die weg. Würdest du doch auch, oder? Du wirst ja auch nicht hinrennen und sagen, ey, schieß nochmal. So. Alter, brauchen die viel, ey. Ich? Ja, das ist ne Scheißwaffe, ja. Das ist ja auch der erste. So, ich bin Level 5 übrigens. So, was ist denn jetzt wichtig? Technologischer Schuppen. Bett zum Ausruhen. Schmiede ist wichtig, oder? Dann level ich nämlich das. Da brauche ich auch schon 6 Punkte. Und hier brauche ich auch schon 6 Punkte. So, ich kann jetzt ne Schmiede bauen, übrigens. Was sind denn eigentlich... Ah, kleine Kiste kommt das schon ab Level 5, Digga. Und große Kiste ab Level 8. Naja, da müssen wir noch bissel leveln, ja. Da müssen wir noch... Aber ich kann jetzt ne Schmiede bauen. Ich muss mal gucken, was ich für ne Schmiede brauche. Schmiede, Schmiede, Schmiede. Wo ist denn die Schmiede? Schmiede, 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 Schmiede. Was brauchen wir für ne Schmiede? Also 15 Kalibrite, 15 Eisen, 15 Baumstämme, 6 Tierfett. Und Steine habe ich schon. Haben wir das? Oh, keine Ahnung. Na, du jagst ja grad Tiere, oder? Naja, ich jage, ja. Da passe ich grad nicht auf. Ja, dann ernt das mit dem Messer ab, dass du das Tierfett mitnimmst. Hast du gesagt, die hauen ab. Auf mich rennen die drauf zu. Oh. Den Hammer. Zack. Oh, jetzt ploppt das auch noch raus. Stimmt, du musst jetzt was anderes wegschmeißen. Fuck. Skinny Stone weg. Freut ne Kiste gespawnt, cool. So, Baffe. Ich kann natürlich nicht draufzugreifen, mach. Leck mich. Ja, deswegen sei ja, die, 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 die Kisten werden richtig schön verpackt sind. Musst du mal weiter oben oder weiter unten gucken, ob du noch eine siehst. Alter. Wow. Hey, easy. Rauner. Alter, die werden ja übelst aggro. So, eh. Aber so dürfen die mir nischtun, oder? Ey, da ist das ekelhafte Vieh. Ah! Er jagt mich. Hilfe! Und ich hab keine Bandagen. 19 Schaden füge ich dem aber zu. Cool. Komm schon, wo bist du? Alter, ist das ekelhaft, das Vieh. What the fuck? So, buddy? Oh, alter, kurz vorm Tod. Oh. Ähm. Ja. Ich bin tot. Verdammt! Shit! Nein, das ist de-spawned. Verdammt! Was ist de-spawned? Das Vieh. Achso. Hallo. Mädchen, springen. Jetzt sieht man die Knarre wenigstens. Bei mir backt die nehm ich immer weg. Was? Wo denn? Ach, da. Ich darf's mal ne Bandage machen, ey. Ja, das wär ne gute Idee. Nein! Inventor voll! Scheiße! Was hab ich denn da jetzt weg? Jetzt packt sie wieder weg. Also ich schieße komischerweise ohne Waffe in der Hand. Weil das noch richtig schön verpackt ist, ja. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Ja, das Messer packt auch noch rum. Naja, gut. Okay. Lassen wir das dabei. Was? Wo denn? Hä? Wie zufällig schon wieder gelevelt? Ne. Wär ja zu schön gewesen. Ach da. So, müssen wir jetzt mal gucken, was haben wir denn jetzt für eine Schmiede? Oh, ähm, Digga, wir sind schon wieder bei 17.30. Na, dann machen wir erst mal ne Aufnahmepause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Wenn's euch gefallen hat, Daumen, Kommentare, alles erlaubt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.